Vor ein paar Monaten rief mir Ursula Wittmer an und sagte, sie ist ein Videokünstler, sie macht ein Video über Trammler und Bösschauffeuse für Bernmobil. Das sind Verkehrsbetriebe in unserer Stadt und sie will gerne mal kleine Oma streiten. Die alten Männer und Frauen, die hier vorne im Tram sind, die man zwar zur Kenntnis nimmt, sie begleiten einen fast täglich, aber man weiss nicht, wer in dieser Uniform steckt. Ich fand das eine schöne Idee. Sie fragte mich, ob ich nicht ein Lied dazu schreibe. Da habe ich mir überlegt, was ihr da erzählen könnt. Dann habe ich mir gesagt, sie haben eine solche wichtige Funktion in unserem Alltag. Die sind so wichtig, wenn wir von A nach B wollen, wo kommen wir hin, wenn es die nicht gibt. Und so ist das Lied entstanden. Ich freue mich, dass auch diejenigen, die uns unbekannterweise tagtäglich begleiten, mal ins Bild gerückt werden und in diesem Fall hoffentlich in Richtung Ton. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei all diesen Trammler und Bösschauffeuren, die mir ein Leben lang sicher von A nach B dreht. Ja, wo kommen wir auch hin ohne diese? Ja. Ja.